Wenn Sie in Alplan eine Projektsicherung einspielen wollen, welche Sie bekommen haben, gibt es auch die Möglichkeit, die ZIP-Files über die Projektliste einzuspielen. Hierfür wird der Dialog geöffnet, in welchem Sie Ihre Projekte verwalten. Dann öffnen Sie zusätzlich den Windows Explorer mit dem Verzeichnis, wo sich Ihre Projekte befinden. Wenn Sie den Windows Explorer geöffnet haben mit der Projektsicherung, wie hier dieses JG Modulhaus Merz, dann wählen Sie das einmal aus und per Drag & Drop schieben Sie es in die zuvor geöffnete Projektliste. Dann wird im Hintergrund etwas abgefragt. Hierfür wird der Windows Explorer minimiert, damit wir die Abfrage anschauen können, denn das Projekt wird mit dem Namen eingespielt, welcher hier unten vorgeschlagen wird. Vorhandene Projekte können nicht überschrieben werden, vergeben Sie hier einen entsprechenden Namen, wie Sie das haben wollen. Wenn der Name eingetippt ist, geht es auf OK. Das Projekt wird eingespielt. Wenn das Projekt eingespielt ist, kann man es hier in dieser Liste auswählen und öffnen. Das Projekt wurde geöffnet und wir sind hier im Projekt und sehen dessen eingespielte Daten, beziehungsweise natürlich auch, dass hier oben der Projektnamen dargestellt wird. Das Projekt wird geöffnet. Vielen Dank.